...eben dieser Plastik-Kistallmerling, das ist ein Stück wie dieses da, oder? Jetzt habe ich das Maß genommen und jetzt den Winter brauche ich nur noch, mit dem Werkzeug da, mit diesem Werkzeug, so, ja. Stück da, dieses gibt es mittelstück, weiß ich schon wie ich es machen will, aber ich habe keinen Vorlauf, ich mache es einfach von Millimeter. Ja, man kann die da anschauen und tausende Kasten, wenn sie wollen, wenn sie wollen, wenn sie wollen, das sind so weit, das ist ja eigentlich sehr einfach klar bei mir. Ich kann euch Vorschläge machen, ich kann Christian erzählen, was er macht, was er gerne hat. Aber der macht es mit, der hat vorher eine Zeichnung oder eine Fotografie und geht nach einer Fotografie, das gibt wirklich, ... 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